Willkommen, liebe Freunde, hier auf TV. Wir stehen hier irgendwo im Nirgendwo. Wir haben uns gedacht, Cengiz, unser mimischer Meister, der Akrobat unter den mimischen Künstlern, zeigt uns jetzt zehngemassen einfach Freestyle aus dem Ärmel geschüttelt. Mit Hilfe dieses Lenkrades natürlich. Aber du musst das hier zudecken. Ja, das ist so meine... Ja, aber man sieht da ein bisschen durch, deswegen. Okay, wir müssen ranken, liebe Freunde, welche Grimasse die beste ist. Wir fangen mit der Standardgrimasse an, liebe Freunde. Jetzt kommt der Chinese. Was kommt denn jetzt? Der Seitengucker? Wer ist denn der Seitengucker? Der Wahnsinnige? Der beste Video... Ja! Es sind alles dieselben. Was gibt's denn noch hier? Was hast du jetzt? Ja, vier. Okay. Ja, mach du auch mal welche. Ne, Wikes. Du bist der mimische Akrobat. Wie macht Ceng immer? Ceng kann das auch ganz gut. Was denn? So macht Ceng ja. Oh ja. Zählt das als vollwertige Gmasse? Bei Ceng schon. Ja, okay. Fünf haben wir. Fünf. Der... Der Funny Guy. Der Funny Guy. Der... Der lecker. Der lecker. Der Fotzen lecker. So ein Geisteskrank, Alter. Stell dir mal vor, du bist so zwischen die Beine von der Frau, Alter. Ich würde da so runterschlagen, ey. Guck mal. Die Leute gehen jetzt nach Hause und sagen, Mama, ich kann den Fotzen lecker. Mach das nicht, liebe Freunde. Macht uns nicht nach. Ja, weiter. Das waren jetzt sieben oder so. Was gibt's noch? Ja, okay. Was gibt's noch? Der Erstaunte. Das gibt's ja nicht. Ja. Ja. Und... Früher habe ich immer das hier gemacht und meine Oma hat dann immer so richtig Angst gehabt. Der... Der Affe. Das sieht wirklich aus wie ein Affe. Warte, man kann das Licht so setzen, dass das auch noch so ein bisschen... Das sieht so aus wie diese... Wie hießen das die jetzt? Schimpanz. Do it like they do in the Discovery Channel. Weißt du was ich meine? Und davon das Musikvideo. Von... The Bloodhound. Ja, ja, genau. Und davon dieses Musikvideo. Das da genauso aus. Die Kostüme. Do it like I do it in the... General Channel. Check it out now. Ja, was denn jetzt? Nummer 8. Okay. Das Kamel. Guck mal, ey. Was... Wie verhindert es dieses Video, ey. Das ist das dümmste Video, ey. Das ist das dümmste Video, ey. Egal, einen noch. Okay. Bevor ich die letzte Cremasse mache, mache ich mal... Ihr wisst ja auch, dass ich auf Kommando rülpsen kann. Dann mache ich das Nilpferd. Aber da muss ich wieder... Oh nein! Ist das an? Ja, ist an. Okay. Schaut euch das an. Das war das Schlechteste, was ich je gehört habe. Warum soll man sich das anhören? Das ist einfach eklig. Und damit kommen wir zur letzten Cremasse. Also der Wahnsinnige... Es ist voll dunkel, wa? Liebe Freunde, ich glaube, das war das schlechteste Video auf ElbcrimeTV, was es jemals gab. Kann sein, liebe Freunde. So, wir fahren jetzt erst mal wieder heim, liebe Friends. Wir verabschieden uns jetzt mit einem... Birno Uthini. Mit einem Birni, Birni. Okay, machen wir noch einen kleinen Birnski hier rein, Alter. Und meine Crime Camp, Crime Shop. Warte, 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 warte. I have to schnall an. Oh mein Gott. Ja, warte, du musst aber die festhalten. Okay. Leute, ich zeig euch, wie jetzt ein Burnout geht. Warte, wir machen diese Lüftung aus, okay? Hä, lächerliger, lächerliger. Ciao.